Diagonalview.de heute in Kolumbien. Wir sind ja auf dem Parkplatz vor einem großen Einkaufszentrum. Doch heute geht es gar nicht ums Shoppen, denn ein wahnsinniger Bienenmann hat sich hier angekündigt. Er denkt sich, lass ich mich mal von 500.000 Bienen anfliegen. Das ist Norberto Marien, eigentlich Barkeeper, aber nebenberuflich Bienenfanatiker. Die Königin wird auf seinem linken Arm platziert und dann kommen ganz, ganz viele Bienen. Eigentlich wollte ich 900.000 Bienen schaffen, aber ich habe schon am Gewicht gemerkt, dass es ein paar weniger waren, aber definitiv mehr als eine halbe Million. Das Ganze hat Norberto über eine Stunde ausgehalten, dann wurden die Bienen vertrieben und auch Norberto ist sichtlich erleichtert.